Heute lösen wir mal gemeinsam eine Aufgabe aus einer Mathematikklausur von InsideMath, die Veranstaltung für Grundschullehramtsstudierende, die Mathematik nicht als Fach gewählt haben. Und eine dieser Aufgaben ist gewesen in der Klausur, wie viele Teile hat die Zahl 294 und gib alle Teile an der 294. Und da wäre jetzt meine Frage an euch, wie würdet ihr da rangehen? Mario hat wie aus der Pistole geschossen Primfaktorzerlegung reingeschrieben. Aha, wieso denn Primfaktorzerlegung? Oder gibt es noch andere Ideen? Wie würdet ihr an so eine Aufgabe rangehen? Wie viele Teile hat die Zahl 294 und gib alle Teile an? Es gibt eine Tasse dafür auf dem Taschenrechner für alle Teile? Ne, oder? Ihr seid ja immer bei der anderen Diskussion. Euklidischer Algorithmus. Vollkommen richtig. Euklidischer Algorithmus ist auch in diesem Themengebiet verortet. Den euklidischen Algorithmus benutzt man, um den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen zu bestimmen. Hier haben wir nur eine Zahl. Wenn wir zwei Zahlen hätten, könnten wir den euklidischen Algorithmus verwenden, um den größten gemeinsamen Teiler der beiden Zahlen zu bestimmen. Mario schreibt, jeden Teiler hoch der Anzahl multiplizieren für die Anzahl. Ja, genau, du gehst schon absolut in die richtige Richtung. MK, die Zahl durch alle Zahlenteile bis zu 294. Das könnte man machen. Also, lass uns anfangen. Ist sie durch 1 teilbar? Ja. Ist sie durch 2 teilbar? Ja, ne, weil, warum ist die Zahl durch 2 teilbar? Na, weil sie natürlich hinten auf 4 endet, ne? Letzte Stelle ist durch 2 teilbar. Ist sie durch 3 teilbar? Und so weiter und so weiter. Könnte man machen, natürlich. Aber das ist natürlich sehr langwierig. Ah ja. Quadratwurzel von 294 nehmen und dann alle Zahlen von 1 bis 17 probieren. Ja, das ist auch eine gute Idee, ne? Genau, weil wenn ich einen, also ein Teiler kann größer oder kleiner sein als die Quadratwurzel natürlich, ne? Aber wenn ich einen Teiler habe, der kleiner ist als die Quadratwurzel, dann gibt es einen Komplementärteiler, der größer ist als die Quadratwurzel, die zusammenmultipliziert die Gesamtzahl ergeben. Ah, das kann ich vielleicht nochmal kurz mit einer anderen Zahl demonstrieren. Nehmen wir mal die 100, ja? Ja, die 100, angenommen, ich hab mal, was sagt, wo ist er schon wieder den Stift nicht erkannt? Doch, jetzt. Also die 100, ja, die 100, die Quadratwurzel ist 10, das wissen wir, ne? 10 mal 10 ist 100, 10 Quadrat ist 100. So, wenn ich jetzt einen Teiler habe von der 100, beispielsweise die 5, dann gibt es einen Komplementärteiler, die 20. So, jetzt, okay. Also, wir waren an der Stelle Komplementärteiler, ne? Also 5 mal 20 ist bei der 500 der Fall. Und, ja, jetzt ist natürlich klar, wenn eine der beiden Teiler kleiner ist als die 10, 5 in dem Fall, muss der andere Teiler größer sein als die 10, damit beide multipliziert zusammen die 100 ergeben. Ja, also man könnte jetzt bei der 294 alle Zahlen von 1 bis zur Quadratwurzel von 294, bis zur Wurzel von 294 in etwa, ne? Durchtesten und dann jeweils den Komplementärteiler noch mit dazunehmen. Aber das ist natürlich auch aufwendig mitunter, ne? Vor allem in der Klausursituation. Da gab es vorhin schon einen alternativen Vorschlag, den wir mal verfolgen sollten. Die Primfaktorzerlegung gibt die Struktur der Zahl 294 an. Und zwar eine Struktur in einer bestimmten Art und Weise. Nämlich, welche Primzahlen muss ich miteinander multiplizieren, um auf die 294 zu kommen? Und wenn ich dann einen Teil dieser Zahl nehme und miteinander multipliziere, habe ich einen Teiler von der 294. Und so kann man übersichtlich auf alle möglichen Teiler kommen. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir uns gleich erstmal die Primfaktorzerlegung an. Was ist denn die Primfaktorzerlegung von der 294? 294 ist was? Wie starten wir da? Habt ihr eine Idee? Mario hat schon das Beispiel für die 18 gebracht. Genau. 2 mal 294 durch 2. Ja, das ist sehr gut. Genau. Tesco 2 mal 147. Genau. 2 mal 147. Mhm. Gut. Also 294 ist durch 2 teilbar. Und da müssen wir schauen. Und dann müssen wir schauen. 2 mal wie viel ist denn 294? Also 294 durch 2 teilen. 290 durch 2 ist 145. Und dann haben wir noch 4. Das ist dann 147. Okay. Jetzt sieht man sofort, dass es auch durch 7 und 3 teilbar ist. Wie kommst du denn da drauf, Christo Mati? Mario schreibt 3 mal 49. Mhm. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Wegen Quersumme. 3 wegen Quersumme. Und 7, weil 14 und 7. Ah ja, logisch. Ah, sehr gut. Super. Genau. 140 plus, da habt ihr super Blick bewiesen, ne? Also durch 3 teilbar wegen der Quersumme. 147, die Quersumme ist 1 plus 4 plus 7. Das ist 5 plus 7, das ist 12. 12 ist durch 3 teilbar. Also ist auch 147 durch 3 teilbar. Und ja, 147 durch 7 teilbar, weil 140 durch 7 teilbar ist und weil 7 durch 7 teilbar ist. Sehr gut. Also, ihr habt schon die Primfaktorzerlegung ermittelt. Ähm, hoppala. 2 mal 3 mal 49. Und 49 ist 7 mal 7, ne? Also haben wir 2 mal 3 mal 7 Quadrat. So. Das ist die 294. 2 mal 3 mal 7 Quadrat. So, wie kann ich denn jetzt auf die Anzahl aller Teiler kommen? 2 mal 2 mal 3 für die Anzahl der Teiler. Genau. Wie kommst du jetzt auf 2 mal 2 mal 3? Also die Anzahl der Teiler ist 2 mal 2 mal 3. Das ist 12. Die 294 hat 12 Teiler. Und das sehe ich sofort an der Primfaktorzerlegung. Warum? Jeweils für die Kombinationen. Ja, kann es noch jemand oder kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? 2 hoch 0 und 2 hoch 1. 2 hoch 0 und 2 hoch 1. Ah, ja, ja, genau. Sehr gut, Mario. Genau. Also, wir bleiben vielleicht mal so ein bisschen auf einer magischen Ebene für alle anderen. Okay. Und behaupten, also hier oben steht ja 2 hoch 1 mal 3 hoch 1 mal 7 Quadrat. Ja. Wir müssen jetzt nur die Exponenten nehmen. 1, 1 und 2. Jeweils 1 drauf addieren. Da komme ich auf 2 und 2 und 3. Immer 1 drauf addiert und das miteinander multiplizieren. Warum? Ja. Mario hat es schon geschrieben im Chat. Warum ist das so? Folgendermaßen. Schaut mal her. Also, die 294 ist 2 hoch 1 mal 3 hoch 1 mal 7 hoch 1. Und jetzt kann man ein sogenanntes Hasse-Diagramm malen. Hasse-Diagramm. Das sieht folgendermaßen aus. Hier unten ist die 1. Und dann habe ich für jeden Primfaktor spanne ich so ein, also jetzt hier zwei Dimensionen mit der 7 dann drei Dimensionen auf. Das ist 7 hoch 1. Und hier oben habe ich 7 hoch 2. Ich muss hier oben ein bisschen was wegmachen. Das wird nämlich ein bisschen eng hier. So. Mache ich auch mal weg. Also wir merken uns 2 mal 2,3 sind zwölf Teiler. Oder ich schreibe es nochmal hin, ein bisschen höher. 2 mal 2 mal 3 ist gleich zwölf Teiler. Also, wir haben hier ein dreidimensionales Gebilde, weil wir drei Primfaktoren haben. 2, 3 und 7. Jeder von diesen Primfaktoren spannt sozusagen eine andere Dimension auf. Und wenn wir das Bild jetzt vervollständigen zu einem Quader, dann passiert das folgende. Ich habe es euch ungünstig gezeichnet. Habe das nochmal weg. Zeichne ich erstmal den Boden. Hier ist 2 mal 3, die 6. Hier zeichne ich die 7 hoch 1 hin. Und hier die 7. Das wird so nichts. Ich mache es mal ein bisschen schräger. Sonst sieht man nichts. 2, 3, hier ist die 1. Ich kriege es gerade nicht anders hin, aber ich glaube, so ist es ganz okay. Dann haben wir die 7. Und hier haben wir die 6. 2 mal 3 ist 6. Und wir haben aber nicht nur 7, wir haben auch 7 Quadrat. Da haben wir hier oben die 7 Quadrat. Okay. Wenn ich jetzt nach links laufe, multipliziere ich mit 2. Wenn ich nach hinten rechts laufe, mit 3. Und wenn ich nach oben laufe, mit 7. Das heißt also, ich habe jetzt nur die unterste Ebene gezeichnet. Die unterste Ebene des Hasse-Diagramms. Jetzt zeichne ich die zweite Ebene. Wenn ich von der 7 nach hinten gehe, multipliziere ich mit 3. Das heißt, hier haben wir die 21. Oder wenn ich von der 3 nach oben gehe, multipliziere ich mit 7, habe ich auch die 21. Wenn ich von der 7 nach links gehe aus, dann multipliziere ich mit 2. Dann habe ich hier die 14. Oder auch wenn ich von der 2 nach oben gehe, habe ich die 14. Wenn ich von der 21 nach links gehe, mit 2 multipliziert die 42. Oder von der 14 nach hinten mit 3 multipliziert die 42. Und das Ganze machen wir noch eine Ebene weiter oben. Mit 7 Quadrat, also 49 mal 2 multipliziert. 49 mal 2 ist 98. Das selbe wie 14 mal 7 ist auch 98. Die 49 mal die 3. Also das ist nicht die 72, das ist die 7 hoch 2. Ich muss ein bisschen kleinere 2 hinschreiben. 7 Quadrat. Also die 49 mit 3 multipliziert. 49 mit 3. Das hatten wir hier oben schon gehabt. 147. Ihr erinnert euch. 49 mal 3 ist 147. Das ist hier die 147. Dasselbe wie 21 mal 7. 21 mal 7 ist 147. Genau. Und jetzt, wenn wir hier nach hinten gehen, die 147. Also 98 mal 3 oder 147 mal 2 ist gerade unsere 294. Was ich noch vergessen habe, ist diesen Weg hier hinten noch zu zeichnen. Also von der 6 aus nach oben mal 7 ist 42. Und 42 mal 7 ist 294. Jetzt habe ich alle Teile der 294 in einem Bild gezeichnet. Das Hasse-Diagramm gibt die Primfaktor-Struktur einer Zahl an. Dadurch, dass man hier solche, man kann sich das vorstellen wie Knetkügelchen mit Stäben. Mit so, ähm, na, wie heißt denn das? Oh, das muss ich mal machen. Genau, das muss ich mal ein Video machen. Das ist so eine coole Idee. Mit so Knetkügelchen und Zahnstochern. Na, kann man so schön Hasse-Diagramme basteln. So, jetzt habe ich hier ein dreidimensionales Hasse-Diagramm gebastelt. Mehr oder weniger schlecht hier hingezeichnet. Und, ja, man sieht jetzt hier alle Teile, denn die Teile einer Zahl werden zusammengesetzt multiplikativ aus einer Teilmenge der Primzahlen, die in der Primfaktoren, die in der Primfaktor-Zerlegung vorkommen. So, und, ähm, ja, also wenn ich die Primfaktor-Zerlegung habe, wie hier oben, die Primfaktor-Zerlegung habe, dann muss ich nur auf jeden Exponenten 1 drauf addieren. Warum? Warum muss ich nur auf jeden Exponenten 1 drauf addieren? Weil, wenn ich den Exponenten 2 hoch 1 habe, also der Primfaktor kommt nur einmal vor, dann hat seine Dimension ja zwei Knubbel, zwei Knetkügelchen. Ja, hier unten. So, zwei Knetkügelchen. Oh, das leckt aber gerade ein bisschen zeitmäßig. Na, ich muss 1 drauf addieren, wegen der 1, der 2 hoch 0. Das hat Mario vorhin geschrieben. Die 2 hoch 0, 2 hoch 1 sind zusammen zwei Elemente unten in der Zweier-Dimension. Bei der 3 genau das Gleiche. Ich habe zwar nur 3 hoch 1, habe aber zwei Elemente in der Dreier-Dimension, wegen der 1. Und bei der 7 Quadrat habe ich drei Elemente in der Dimension nach oben. Ich muss also immer auf jeden Exponenten 1 drauf addieren, weil ich den Knubbel mit der 1 hier unten noch jeweils bei jeder Dimension mehr habe, als der Exponent mir angibt. So, also ich muss einfach nur die Exponenten nehmen, der Primfaktor-Zerlegung jeweils 1 drauf addieren, weil ich den 1er Knubbel unten noch habe und das Ganze miteinander multiplizieren, weil das jeweils eine eigene Dimension aufspannt und schon habe ich die Anzahl an der Teile. Ja. So, und das war eine Klausuraufgabe. Das heißt, die Studierenden kannten natürlich, ich hasse Diagramme und die wussten, wie man eine Primfaktor-Zerlegung macht und so konnte man ziemlich sicher und zielstrebig auf alle Teile der Zahl 494 kommen und gleichzeitig auch auf die Anzahl aller Teile. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.